hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren kanalvorstellung heute der kanal odin dampft ja der odin der gute odin der hat sehr viele kanäle und ein sehr guter kumpel und natürlich stelle ich ihn gerne vor und das ist jetzt mal was ganz anderes liebe leute und zwar geht es hier um dampfen ja also ist auch mal was ganz interessantes für leute die sich das vielleicht nicht so auskennen und für die leute die sage ich mal damit anfangen wollen und tipps und hilfe brauchen oder für selber machen und 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 sehr sehr geil aber darauf gehen wir gleich genau ein und dann würde ich sagen schauen wir uns noch mal ganz kurz hier ihr seht schon den banner lavour smoke www gute liquids.de ein schönes banner da oben ist der odin zu sehen ein banner der odin im avatar meine ich auch ja überall ist er zu sehen und sehr sehr geil ich weiß ob das ein prüfstempel sein sollte draufgeklatscht ja ist genehmigt ist auf jeden fall eine geile sache und dann würde ich sagen gehen wir auf kanalinfo und dann schauen wir doch mal rein da haben wir 321 abonnenten 22.699 aufrufe beitritt am 14.01.2015 sehr geil beschreibung hey leute hier seht ihr mich wie ich mit der e-zigarette vom raucher zum dampfer werde aber ich zeige euch auch e-zigaretten liquids gebe tipps und tricks und vieles mehr details für geschäftliche anfang e mail da haben wir eu initiative freies dampfen xing odins kalender unterstütze den kanal du willst etwas spenden impressum google plus odins test website linke den instagram odins test store twitch odin also die idee weinsinn der hat so viele sachen hier der wahnsinn steht mir als in der beschreibung saugeil als jetzt schon liebe leute ihr habt ihr ordentlich was zu gucken ist auch sehr geil für die leute die vielleicht wie ihr vom raucher zum dampfer werdet und ich sage ja mal ich bin mir ziemlich sicher dass dampfen nicht so gefährlich ist wie rauchen weil es auch kein nikotin und keine ahnung ich kenne mich nicht so aus ich bin leider der übelste nicht raucher ich kann das leider nicht so mitreden aber ich bin mir ziemlich sicher dass dampfen vielleicht nicht so gefährlich ist gerade weil halt die die gefährlichen stoffe nicht drin sind ich weiß nicht aber ich kann mir vorstellen dass ihr das hier auch in diesem videos erfahrt und ich finde das auch sehr interessant und wenn jemand problem hat mit dem rauchen aufzuhören oder so würde ich den doch glatt garantieren zu sagen ihr schaut doch mal rein vielleicht werdet ihr auch zum dampfer und das ist zumindest schon mal halb so gefährlich oder noch weniger ich weiß es nicht und wenn ihr da fragen habt was genau mit dem dampfen alles auf sich hat oder ihr wisst nicht und bei google steht es nicht ausführlich oder so ich bin ich bin mir ziemlich sicher dass der gute odin euch das alles erklären kann und dann schreibt uns seine videos oder schreibt ihnen privat an oder so macht es auf jeden fall der kann euch das bestimmt erklären ich kann euch dazu nichts sagen ich kenne mich da nicht so aus ich habe mal gedampft so honigmelone was und ich fand es echt lecker ja das macht schon spaß noch mal zwischendurch ich kann das nicht sagen das will aber so einmal ausprobiert ja und ja ich gehe jetzt mal auf die playlist und haben wir mischen liquids zubehör geregelte akkuträger mechanische akkuträger box mod clearomizer akkuträger mein gott was richtig aber akkuträger manche natürlich liquid mission a bis z flower smoke zubehör liquids outtakes mein erstes liquid vorstellungen und vom raucher zum dampfer mein tagebuch ja das ist doch glaube ich sehr interessant wir brauchen zum dampfer mein tagebuch liebe leute so erfahrt ihr alles was und warum und wieso und wie und will das hilft und ich würde einfach mal schauen ja wenn euch das interessiert vielleicht auch mal mit dem rauchen aufzuhören vielleicht eine alternative zu finden sollte helfen dann habt ihr ja wie gesagt von a bis z alles dabei was brauche ich was kann ich selber machen da kommt ihr auf jeden fall günstig weg was für angebote es gibt und so und es gibt ja auch wirklich war mal so im laden und es gibt ja tausende von verschiedenen ja also ist der wahnsinn das ist schon richtig jetzt ja sag ich mal trend geworden und so damals war es ja die wasserpfeife und so jetzt auch ein ganz ganz heilen oder handlich klein immer fix dabei in der hosentasche so ein damper oder bei der arbeit darf man nix rauchen und heute ein damper darf man auch im gebäude rauchen nicht überall aber es gibt sowas und ja warum nicht ne und wie gesagt wenn ihr da fragen informationen haben wollt einfach mal hier rein schnuppern ist auf jeden fall eine ganz geile sache hier habt ihr auch wieder sieht schon die ganzen videos und wie lange die gehen eine stunde zwei drei stunden fast 34 stunden länger als star wars hier habt ihr komplettes programm hier gemütliche runde mit gästen sauber so richtig tolle da 13 minuten drei stunden 47 stunden wahnsinn ist krass erstmals sieben stunden vor der kamera zu hocken wahnsinn also nicht schlecht nicht schlecht und ihr seht schon vor drei wochen zwei monaten da kommen auch ordentlich videos raus mal mehr mal weniger ist ja auch nicht verkehrt und das ist ja auch nur ein ein weiterer kanal er hat ja noch mehrere kanäle mehrere kanäle so und zwar wenn ihr oder rastet gleich aus hier das intro hier odins welt habt ihr odins test ich würde sagen dass der hauptkanäle hat der odin zocker odins kindereck odins tutorials und hier dann knack 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 und alles von odin vollgepumpt wie gesagt schaut ihr unbedingt mal rein die anderen kanäle hat auf jeden fall ordentlich was zu bieten und übersicht seite haben wir alle videos direkt dann hier vom raucher zum dampfer mein tagebuch ganz oben drin sehr interessant vorstellungen mein erstes die kurz alle anfangen ist schwer hier einige kleine hilfestellung sehr schön akkuträger kleur meise und zubehör beliebte videos ihr seht schon drei tausend klicks mal eben hier und da ist fast 2.000 1.600 sehr sehr geil und au text immer was ein bis geschickt kommt selten allein ja sehr lustig auf jeden fall kann man sich darüber kaputt lachen und ihr seht schon ordentlich mal wieder was hier los und my edit video ich habe das video mit dem video von youtube erstellt ok ich würde sagen wir schauen uns das einfach an weil das andere hier das könnt ihr euch alle genussvoll mal reinziehen und das wird mich jetzt auch interessieren ja deswegen würde ich sagen schauen wir jetzt einfach mal was uns hier erwartet bis gleich also habe ich die kollektiv hochgestellt jo es läuft bis gleich so Das war's. 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 Das war's.